Hey Leute! Willkommen zum nächsten Part! Ähm, im letzten Part haben wir übelst ab. Wir brauchen hier beim Multiplayer. Und das wird jetzt bestimmt wieder nochmal genau so geil, ey. Nimm was, ey? Ja, wir stellen euch weiterhin den Schlachtmodus vor, weil das eigentlich das neueste an dem Game ist, wie wir sehen. Aber wir sehen von den Charakteren. Bleiben wir dieselben oder machen wir so ein bisschen? Ach nee, Leute, guckt euch an. Die kennen wir doch alle schon. Und außerdem gibt's hier noch andere Leute, die ihr guckt. Gibt's zu. Die nehmen alle Charaktere. So. Cheaters! Ich bleib auf jeden Fall Rosalina, ich spür immer mit Rosalina, die ist immer total geil, Mann ey. Leute, wer liebt Rosalina nicht, Mann? Ich mag Vario, weil so lustig ist. So, okay, ähm. Also Ballonschlacht ging zu Gunsten von Nils aus, das merken wir uns mal. Nächster Modus, Räuber und Gendarme. Räuber und Gendarme? Was ist ein Gendarme? Das wüsste ich eigentlich ohne. Das wüsste ich eigentlich ohne. Das wüsste ich eigentlich ohne. Von wessen Damen da die Rede ist, aber... Ey, das ist ein Majors Mask, ein Majors Mask. Das ist der Gendarme. Wir machen wieder vier Runden und immer drei Minuten sollte ausreichen. Ja. Achso, Teams können wir nicht machen. Die Leute, die heute noch nie spielt. Ich auch nicht. Mal gucken, wie das ist. Ah! Okay, aber wir machen schon was, was spannend ist, ne? Oder? So, hier... Soll ich großer sein, weil ich ein Mädchen bin? Aber du musst wegrennen und ich muss fangen. Also ich würde mal sagen, hier, Lord Bowser, denke ich mal, bin ich böse. Ja klar, stimmt. Ja gut, dann... Ich bin böse. Aber man sollte irgendwie wechseln. Das zwei Runden bist du böse, zwei Runden bin ich böse. Wenn nicht, dann lassen wir zu. Na, gucken wir mal, gucken wir mal. Wir gucken mal, wir gucken mal. So, was hat man noch nicht? Zum Beispiel das hier. Der Kampfkurs 1. Warum denn 1 und warum nicht einfach nur Kampfkurs? Das ist doch voll dämlich. Ich weiß nicht, ob es den zweiten gibt. Der Nintendo, was soll denn das? Der Nintendo ist voll cool. Weißt du, wie viel Kohle die mit Mario Kart verdient haben? Ist nicht umsonst der 8. Teil. Also der 8. Plus. Naja... 8. Deluxe. Immerhin auch schon Deluxe, ne? Deluxe oder Deluxe? Oh, da musst du sogar rülpsen, ey. Sorry, Freunde. Habt ihr bestimmt nicht verstanden, weil sich vom Mikro weggedreht hat, der unprofessionelle... Wieso vom Mikro wegdrehen beim Rülpsen? Das ist doch gerade professionell. Für mich nicht. Soll ich den noch rülpsen? Du bist ja doch... Entkomme dem Gesetz. Ist glaube ich Zufall, oder? Ach, ich bin Räuber. Ach so. Verdammt. Ja, Mann. Ich war auf der Räuberbahn. Komm mal her, mein Freund. Wo ist meine Blume hin? Ach so. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hä? Ach, ich kann nichts machen. Ach so, die muss automatisch dich fangen. Ich hab keine Items sozusagen. Du hast keine Items? Nee, also... Ich kann Items aufsammeln, aber ich meine, ich dachte jetzt, mit der Blume kann ich angreifen. Du fängst mir nach oben hier, was soll denn? Ja, du hast doch Items. Ja, ich dachte... Ich hab' ich ja gleich... Ich hab' mich verarscht! Ohoah! 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 Hä? Hä? Was ist jetzt passiert? Alter, man kann alle... Man kann alle wieder befreien? Ja... Oh, das ist ja geil! Ja, aber auf einmal waren ja alle draußen, ja. Okay, aber jetzt... Ah, verdammt! Ja, guck, der befreit ist! Ich weiß nicht, wie... Ich seh' das nicht! Ich seh' das nicht, wer hier... Ich bin befreit. Ich glaub, der Enkling-Jungen muss einfach nur zu nem Käfig fahren. Also der ist grad dahin gefangen, glaube ich. Der Enkling-Typ hier. Genau! Was soll denn das? Wo ist der Käfig? In der Mitte von der Welt. Ach, da ist auch ein Schalter! Okay! Boah, ich hab auch voll weggesnackt! Oh, noch! Wie war da? Sieht voll aus! Jetzt ist nur noch Toad da! Nur noch Toad! Ja! Hä? Hä? Wieso? Da war doch so... Ich versteh' nicht. So, ich fall' um auf den... Doch, man muss auf den... Hier ist ein Schalter! Alle wieder befreit! Ist ja geil! Du komm' nur her, hier! Ah, so ist es natürlich richtig cool! Hä? Da muss man echt alle gleichzeitig fangen und hat nur begrenzt Zeit dafür! Ja! Das ist ja fiesa! Alle gleichzeitig will es schaffen! Also wieso? Guck mal, ihr habt die ganze Zeit so olle Dinger, was euch noch schneller macht! Ah, nee, nee, nee! Ich dachte halt, deswegen hab ich gedacht, ich hab' keine Items! Also, ich hab' gedacht, wir können die ganzen Wusten nutzen! Yeah! Irgendwie hab' ich gedacht, ja! Warte drüber auf meine Bombe! So, ich spring' jetzt über... Über... Rüber! Yeah! Dafür rüber! Ich bin ja der Einzige, der draußen ist! Warte, ich muss mal meine Leute befreien! Ja! Und... Nein! Nein! Fahr schnell für die Schalter! Ja! Wuh! Ich trottel! Hahaha! Ja, der war jetzt sehr dumm von mir! Ich hab' mir eigentlich durchgeachtet... Jungs! Jungs, wo seid ihr? Alter, ich hab' fünf Räuber erfangen! Cool! Jungs, Mädels, wo seid ihr denn alle? Und wir frei uns, du Arsch! Mann, Mario, guck doch mal! Wir sind hier im Käfig! Duh, 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 duh! Ich fahr' hier so rum! Es war richtig schlecht! Oder wir machen denn bei dem Modus tatsächlich vier Rennen bist du der Räuber und vier Rennen bin ich der Räuber oder so? Na, wenn's so schnell geht, ja! Dann haben wir halt noch ein bisschen mehr Content für euch Leute! Dann machen wir vielleicht sogar, dass wir erst mal andere Modi zwischendurch spielen und dann wieder den, dass es mehr Abwechslung ist oder so! Na, nee, wir können jetzt schon... Also, eigentlich... Ich muss doch Kohle verdienen! Eigentlich jede Runde ein Part müsste das sein! Eigentlich, aber... Ja, ja! Wir machen jetzt den Modi! Ich hätte jetzt halt gemeint... Oh, guck mal! Doch! Ist ja! Ist ja so! Wechselt automatisch! Geil! Geil! Ist halt nur, dass man sich vorher das Team richtig aussuchen kann! Vor einem Online-Modipair, dass sich jeder aussuchen kann, der mit wem zusammenspielt! Ja, genau! Okay! Ist ja richtig crazy! So, komm her! Jungsen! Alter, mach das ja echt! Dann müssen wir doch nichts machen! Dann müssen wir doch nichts machen! Gut! Mist! Doch nicht mehr Klickdate, Alter! Doch nicht mehr Klicks, einfach hier! Ja, mach doch einfach ein bisschen hier... Habute ins Thumbnail! Oder ich nenne den Titel einfach... Rosalinas Hintern gespankt oder so, weil du ja Rosalina nimmst! Oder, oder, oder... Irgendwie sowas! Ja, oder halt echt, äh... Alter, hat Rosalina das gemacht! Also, Rosalina hat das gemacht! Ich kann nicht glauben, was Rosalina da tut! Hahaha! Ach, Mann! Meine Freude sind unterwegs hier! Rosalina verhilft zur Flucht! Alter! Ach, der gibt mir irgendwie Punkte, wenn ich zur Flucht verhelfe! Leute, was fahr denn hier rum? Die sind alle auf ihren Haufen hier, wie die Polizisten! Ja, das geht an die! Das war einfach Kraft, echt! Ich könnte einfach den Schalter bewachen, so richtig gemein! Oh, Baby Daisy und ich, wir sind gleichzeitig da, ja, wir sollen... Was sind denn alle los? Baby Daisy ist snackt! Mein Sieg nicht mehr! Toll, komm her, tot! Hilfe! Hilfe! Oh, da, um, da, um! Oder, also, tot der zu mir! Ich hab den voll abgeben! Nein! Hilfe! Nein! Kommt du da! Wo ist er? Wo ist denn die Olle? Wo ist überhaupt der Schalter? Ich kann mich doch jetzt nicht mehr überfreien! Okay, jetzt ist bloß noch der eine! Wo ist er? Wo ist er? Oh nein! Wo ist er denn? Auf der Karte ist er... Ah! Warte mal! Komm! Oh nein! Wo ist er denn? Ja! Ich hab's zwar nicht geschafft, aber irgendjemand hat's geschafft! Immer hab ich zwei Punkte, ich krieg's mehr als du! Oh! Jetzt ist voll fies, oder Leute? Ja, nicht! Wir werden nur gewinnen! Ähm, jetzt will immer nur gewinnen! So, jetzt haben wir... Also, was schlecht ist! Du willst auch nur gewinnen! Gibst du! Ich will erstmal Clickbait machen! So! Was Wario da tat! Und dann so ein Funnake von Rosalina mit einem komischen Gesichtsausdruck oder so! Ich glaub, die Sachen jetzt mit uns drauf reichen muss! So, jetzt bist du wieder voll im Regen hier! Klasse, ey! Na, los! Ja! Also, ich bleib besser witzig! Ja, die Mapia, die ist cool! Sieh, ich glaube, die ist... Ich verweck... Ich moe, ich verweck sie dir Titel nicht, ja! Das müsste Double Dash sein! Sondern so wenigstens Mansion! Oh nein! Batterie lässt noch! Oh nein! Wenn ich gleich verliere, dann... In dem der Battery! Nein! Hahaha! Der hat voll in den Mund reingefahren! Hilfe, Leute! Leute, Hilfe! Ohne Scheiße! Ohne Scheiße, Mann! Wario hier voll... Ja, weil hier du hast... Roy, hilf uns doch mal! Nee, oh jetzt... Ey, der ist doch nur eine! Oh, Melinda! Melinda, hilf uns! Melinda! Ich muss forzen! Oh nein! Sie wird retten! Sie wird retten! Melinda, komm her, komm her! Ja, Melinda! Du bist doch... Du bist doch da! Melinda! Ja, da hat sie uns rausgecashed! Was macht denn jeder ohne I bei mir? Der hat mir grad rumgefahren! Oh, der Brüder schlägt! Oh! Ich wollt grad die Bombe droppen! Ich wollt die Bombe droppen! Aber hat nicht geklappt! Gamsen! Also der Modus ist wohl echt nicht so mein Ding, glaub ich! Nee, würd ich wohl nicht sagen, aber... Ist schon witzig! Liefel! Gamsen! Naja! Null! Viel weggesnackt! Null Punkte, ey! Gibt's einfach nicht! Letzte Runde, ja! Naja, jetzt bin ich ja nochmal der... Gendarm bin ich jetzt nochmal! Der Gendarm! Das ist überhaupt viel Wort Gendarm! Wir haben ja die letzte Welt, die noch fehlt, ist... Mondkolonie! Das ist immer spannend! Tatsächlich! Ich hab ja auch beim allerersten Majora's Mass Let's Play... Räuber und Gendarm! Ja, hast du damals gesagt? Ja! Ich wusste nicht, hä? Gendarm? Gendarm? Ja, komm! Das war bei uns auch bei Pokémon so! Teenager und Gentleman! Der Gentleman! Der war der coolste! Gentleman! Gentleman! Wir haben ja alle gewundert, hä? Was ist denn der für ein Mann? Oder auch der Teenager! Ja, man hat echt nicht verstanden, was das heißen sollte! Der Teenager, Leute! Das war echt nie so gebräuchlich, ne? Warum? Oh! Oder Items! Ich hab immer Items gesagt! Ja! Irgendwann hat er immer Items gesagt! Und dann hab ich gesagt, Items, das klingt ja viel los als Items! Äh, als Items! Und dann heißt das doch ganz anders! Ja, und dann heißt das Items! Ich bin natürlich gleich voll weggesnackt! Das ist cool! Oh! Yeah! Aber wo seid ihr denn alle? Da kommt ihr! Nein, ne! War ein Panzer! Oh! Ich muss auch ehrlich sagen, dass ich nicht weiß, ob ich diese bei Multiplayer, dass ähm, dass der Schnitt vertikal ist! Der, der, der Split... Das geht glaube ich gar nicht mehr, oder? Weil also horizontaler Schnitt von wegen oben und unten anstatt links und rechts, finde ich eigentlich besser, weil so sehe ich halt echt kaum links und rechts! Ja, irgendwie ist das doch! Ich weiß nicht! Ich hab auch noch nicht herausgefunden, ob man irgendwie überhaupt weiter machen kann! Wir haben schon mal, wir haben schon mal geguckt, aber... Ich verfolge jetzt meinen eigenen Kumpel! Das ist voll cool, wie man, wenn man springt, dann kann man so richtig cool die Richtung bestimmen und dann kommt erst der Boost von dem Springen! Man wiegt hier einfach voll am Verkacken bin, ey! Wo ist denn der? Die muss ich echt auf die Karte gucken! Da ist die da! Wir haben gewinnt! Ja, die Räuber sind glaube ich immer ein bisschen im Vorteil, oder? Ja, die sind halt auch 0 Punkte! Mal gucken, wer ist jetzt der Beste hier, hä? Wer ist jetzt der Beste? Niemand! Oh, unentschieden! Ach, das geht um Teams! Unentschieden! Oh, guck mal, von uns beiden habt ihr natürlich irgendwie mehr Punkte! Alter, 11 Punkte! Wie ist das denn das denn gemacht? Ich weiß es doch nicht! So, also Räuber und Gendarm ging jetzt ganz schön kurz! Da können wir noch eine zweite Runde von machen! Oder? Von mir aus, klar! Gut! Räuber und Gendarm, ey! Wir machen also, ich hatte 11 Punkte, du hast 3 Punkte, wir können jetzt danach zusammenzählen und der, der mehr Punkte von uns hat, einfach gewonnen! Stimmt! Ja, stimmt! Ja, stimmt eigentlich! Ja, weil sonst... Cheaters! Müssen wir nur merken, also ich hatte 11, du hast 3! Gut, merken wir uns! Leute, schreibt's in die Comments! So, Räuber und Gendarm nochmal, weil's jetzt einfach viel zu schnell ging! Ja! Und weil's unentschieden war! Dann haben wir einfach ein... Haben wir einfach ein super Mega-Part! Nee, 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 ist ja nicht mal! Deswegen... Na, aber wir haben jetzt 12 Minuten... Ach nee, stimmt! War ja schnell vorbei, hast du recht! War sehr schnell vorbei! Gut, ich hab nicht gesagt, ich hab nicht gesagt, ich hab gar nicht nachgedacht! So wie immer! Der ist immer so hart zu sich! Der ist der Ultra Self Dis, Alter! Da kommt's, Blacky, disst dich doch nicht selber! Mach Marcel auch schon genug! Bringt das denn Klicks weg und Titelmache, Blacky Self Dis? Bringt das Klicks, Blacky? Dann kann Michael Selfie disst, machst du noch Caps Lock oder so und dann... Geil! Dann machen wir ein Bildweg einfach so in die Hand vorne, eine Faceball mache! Kann man ja wirklich machen! Ich bin jetzt schon wieder Rollerbind! Ich bin jetzt schon wieder Rollerbind! Ich bin jetzt mal ein bisschen kurz aufhinnig, ich glaube ich sehe das alles hier ein bisschen zu easy noch! Guck hier, ein Snack! Oh, viel Snack, Snack, Snack! Ah, der kaputt drei auf einmal hier Snack! Die sind alle reingefahren! Kann man nicht eigentlich voll campen bei dem Schreiber? Ja komm Snack, alter, weg hier Snack! Ja, die sterben bleibt! Guck hier! Snack! Waaauuuun! Waaauuun! Waaauuuun! Einfach weg jetzt Snack! Wer kommt da an die Faaren, wird gleich weg jetzt Snack! Es gibt sogar zwei Käfige hier, vor dem Mund unten! Echt? Das ist ja grad, guck mal! Ah, dass man das Mal also nicht wirklich campen kann, oder? Ja cool, aber jetzt habe ich verloren Wo ist Toadette? Die ist leider nicht bei mir! Aber wo ist denn der? Ich sehe das auf der Karte unten! Wo ist Toadette? Die ist... Die andere... Wo ist Toadette? Hä? Toilette, du Alte! Toilette! Vielleicht ist es so sauer, weil wir so Toilette genannt haben. Hä, wo ist sie auf der Karte? Ich such die gerade die ganze Zeit. Ja, sieht man so erst, wenn er in der Nähe von ihr ist. Ich camp jetzt einfach hier. Geil, wir können nicht auf den Schalter fahren, das ist sehr gut. Das wär's ja. Jetzt campen wir hier alle. Hä, ist das fies, Mann. Ja, wenn du Zwiedinger hebt, dann ist das natürlich... Hä, wo ist denn Toilette? Siehst du... Da ist sie, da ist sie auf der Karte! Man muss echt im Radius sein, dass man die sieht. Man muss im Radius sein, aber das ist natürlich nicht fair. Oh nein! Toilette, rett uns! Toilette! Ja! Wie, wo, wo kam... Da ist er! Los, Leute, schnell rettet uns! Dafür Feink ist Toilette eins Erste. Ist das eine Action, Alter! Wo mehr Toilette, du bist jetzt dafür die Erste im Gegenteil. Das Toilette in Ruhe, die kann man schon sehen. Oh mein Gott! Wurde von einem anderen geschmeckt. Oh Mann! Jetzt bist du bei mir im Knast. Wo ist jetzt Mario oder alle? Ja! Er hat fünf Leute gerettet, Mann! Verdammt, wie geil! Der Mario ist so ein kleiner Typ! Ey, komm her, Morten! Hier, komm! Snack! Ey! Oh! Wannst du, du musst schon snacken! Verdammt! Oh, ich bin getroffen, aber ist egal. Ich bin jetzt auf Morten. Morten! Fixiert! Komm her! Oh, wieder vom anderen gesnackt! Wer seid ihr denn alle? Lass euch snacken! Oh, ich bin jetzt alle befreit! Mann! Hey Uriichi! Du gehörst zu mir! Okay! Oh mein Gott, das ist jetzt spannend hier schon wieder! Oh mein Gott, das ist jetzt spannend hier schon wieder! Ich bin auch vier! Mann! Ey, wo seid ihr denn? Ja, hab irgendwie nur noch eine Nummer nach hinten! Aua! Ich wurde nicht getroffen! Fahr den auf! Oh, nicht von mir! Ich mache das nicht! So, bitteschön! Ich bin tatsächlich verlischt! Mann! Ey, alle verlischt! Ich seh' nicht mehr! Toilette fällt zur Flucht! Alter, das gibt's nicht! Oh, das ist so krass, Mann! Die Welt ist einfach so fies! Wo sind denn alle, Mann? Guck mal, zwei hier! Da waren zwei! Ach, hier ist keiner! Da ist Mario! Der Fall ist hinterher! Da sind ja zwei! Das ist ja Inkling, Junge und Mario! Die mussten alle... Yeah! Ey, wie sie einfach das überlebt haben! Oh, sieben Punkte! Aber du hochst sechs, ey! Heftig! Ja! Ja, also dann post die drei! Bestimmt kriege ich so viele Punkte, wie ich halt Leute befreie oder so! Und du dann halt, wie viel du frisst! Wie viel du frisst! Ja, also ich hatte... Jetzt habe ich schon 18 Punkte sozusagen! Ach ne, ich merke mir einfach die elf von vorhin und dann mache ich immer Plus! Die Gesamtsanzahl von gleich! Genau! Mann! Sonst muss man ein Video nachgucken, wie viel wer hat! Weil unser Gedächtnis so schlecht ist! Ey, das gibt's einfach nicht, ey! Fährt da voll so ein link Silhouetten-Ding da lang? Äh, die Wuhu-Stadt! Naja! Oh, Verzeihung! Oh, tut mir leid! Entkommen mit dem Gesetz! Entkommen mit dem Gesetz, Alter! Na ja, ist halt Wario, ne? Na komm mal her, Wario! Wie denkst du da? Ey, weißt du, bei Wario fragt man sich echt, ob der Steuern zahlt! Weil der hat jetzt so viel Kohle! Aber an sich sind ja alle... Die kommen einfach mal... Die Damen sind lecker! Ah, da ist Morten! Morten? Na komm mal her, Morten! Na komm mal her, Morten! Na wer hier! Guck mal her! Inkling, Junge! Und? Oh, hat er die, die, die Hooper aktiviert! Der Dude! Der Baby Dude! Kannst doch kein Baby Dude nennen! Ey, Dude! What's up! Oder wo ist denn Wario? Nicht hier! Bin gar nicht da! Wie? Oh! Alter, voll hat er vorbeigefahren! Wäre ich nur ein bisschen langsamer oder schneller gewesen, denn Snacky! Snacky wacky! Oh, da kommt ein Larry! Und da kommt ein Larry! Oh mein Gott, das ist ein Larry! Boah, da kommt Toilette! Die fällt mir an! Ey, ich krieg hier nur Pilze, Alter! Ich bin ja richtig grad auf Pilzen! Richtig auf Pilzen! Gamsen! Und? Na los! Yeah! Ja, Leute! Kommt alle wieder raus! Und Gamsen! Danke! Ja, die krieg's einfach nicht! Du schaffst mir ja gut Punkte, wenn ich die alle frei lässt! Danke! Ja! Danke! Ich hab grad meine Gumbles befreien! Jetzt bin ich selber in den Gumbl! Ey komm, wie ich hier bin! Ey, ey! Mit Baby Luigi und dem komischen Bewohnertypen! Der könnt ihr ja nicht gewinnen! Ey, dann was will ich jetzt! Davon könnte ich auch nicht gewinnen! Mann, ey, der grinst die ganze Zeit so psychisch irgendwie... Es hat keine Emotion, nur die Lächeln, ne? So! And hey, come on, Station! Boah, das kann crazy werden, ey. Ich muss mir irgendwas überlegen, ey. Jetzt bin ich wieder der Gendarme. Gendarme, warum? Na, na, Gendarme. Wie eine Blume so rum, der ins Alter. Die freut sich schon. Die hat Hunger. Die wissen, sie ist fressig. So, let's go. Das sagt ja auch, was soll ich denn wirklich machen? Let's go. Ja. So, wir haben einen gesnackt. Das ist der Enkling-Junge, Alter, der Enkling-Junge. Bist du für ein Junge, komm her. Was bist du für ein Junge? Was ist denn für ein Junge, Mann? Ich fahr ja wieder wie so ein besoffener, Alter. Geiß auch nie, was heute los ist. Vario ist halt ein bisschen dick. Hier gibt's auch Zwicky, aber ich glaube, das ist ja. Guck mal, Snack, Alter. Boah, ist er einfach weggesprungen. Und da warst du grad. Verdammt, da, ich bin vorbeigefahren. Hab ich mir zu spät gesehen hab, weil der gerade nicht so klein ist. Oh, er snack. Larry ist weg. Oh, snack, snack. Larry ist weg. Krass, baby. Oh, ich bin voll in den Ruhsern. Oh, scheiße. Oh, nein. Wo sind jetzt noch welche? Wo? Wo ist die letzte? Verdammt. Marius der letzte. Wo ist er? Oh, was tust du, Mario? Da ist er mal. Er fällt ganz alleine irgendwo hin. Mann, Leute, ihr könnt doch nicht Mario allein hinlangfahren lassen. Oh mein Gott, ey. Das ist halt spannend, Mann. Wo ist denn der kleine Snack, ey, jetzt mit der roten Mütze? Wo ist der? Mario, was tust du, Mario? Er darf euch nicht befreien. Er versucht uns zu befreien. Nein, er schafft das nicht. Oh, er hat's einfach nicht hingekriegt, Mann. Er ist halt echt nur der NPC. Kein ist der Punkt, ey. Tja. Also, ich hab zwar nuscht gemacht, aber Mario war halt in meinem Team. Das ist eine Teamleistung, auf die ich besonders stolz bin. Mario ist bei uns im Team. Ach so, ja. Wer auch immer gerade ihn weggesnackt hat, der ist cool. Der ist halt cool, war halt ein cooler Typ. Was, mach jetzt mal letzte Runde für den Part auch. Dann haben wir einen Judenpart zusammengekriegt und dann wird sich entscheiden, wer der coolste ist. Ich hatte drei Punkte, ja, du hattest elf, naja. Also, ich glaube, das ist schon wieder... Ach, nee, holst du auch voll aufherzieher. Ja, jetzt machst du null und ich einfach zwanzig und dann... Ich weiß nicht, aber ich hab die Blume und ich, du... Oh, Mann, ey. Erst mal Leute wegsnacken. Ich komme dem Gesetz. Fang den Wario. Ja, die Toilette fängt Mario. Ja, die Toilette ist halt einfach die krasseste. Na, wie ist denn ich alleine in meinem Knast? Verdammt, ich bin alleine im Gefängnis. Die anderen sind im anderen Knast. Verdammt. Leute, lass mich raus. Oh, hi Toad. Toad, bist du verrückt? Ey, Mann, wir haben... Ich hab zwei Babys in meinem Team. Und Toad ist... Alter, wie gemein. Ich hab gleich weggebekommen. Ich kam raus, gleich weg. Oh, hallo Jungs, na, ey. Zwei Babys, den Bewohner, Peach und Toad. Ich kann das schon vergessen. Ich fahrs euch alle an, der da. Nein, oh, die Sau. Toad, Mann, komm her, du Sau. Danke, Toad. Oh, jetzt werd ich hier... Alter, zu viert muss das richtig Spaß machen. Ja. Ich krieg aber kein... Nein, Mann, warten. Keinen Scheißpunkt. Meine Bombe läuft noch heute. Ah, die Bombe? Oh. Ich krieg aber keinen Punkt, Mann. Äh, 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 Bomben. Aber die Welt, find ich, auch mit Karte ist die Welt irgendwie sehr, sehr unübersichtbar. Jetzt wollt ich meine Bombe nicht so weit werfen. Ich wollt ihr grad noch ein bisschen werfen. Aber ich hab das, glaub ich, mit einem Modus verwechselt. Ich glaub, hier hat jemand ne gleiche Hofweite, glaub ich. Naja, hat's auch. Ja, dann hab ich jetzt nicht hier checkt. Ich sag jetzt grad zwei... Oh, hallo Leute. Ein Baby ist nur noch unterwegs. Baby, muss er nicht wegfahren. Ich fahr vor uns weg. Hä, wieso wird er... Wir wollen doch nicht wegensnackt. Oh nein, das Baby. Yeah, der dumme Bewohner, Mann. Oh, 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 oh. Oh Gott, hier sind drei Typen. Drei Kulizisten. Na, wo du... Alter. Na, komm, Toad. Drausen. Oh nein. Armer Toad vor meinen Augen. Warte, ich muss zu den Fängnissen. Ich bin die einzige Hoffnung. Wo ist hier der Knast? Wo ist der Frauenknast? Es gibt kein Knast. Warum bist du denn, du Schönen? Warum? Ich wollte um ihn drehen und dann steht er noch vor mir. Ja, die ganzen Babys, die chillen hier so rum. Was soll ich denn? Die müssen auch nicht fressen werden. Baby Rosalina, du musst uns retten. Fress die Babys. Baby Rosalina, rette uns. Ja, so ein dummer, grüner Panzer von einem Kumpel hat erstmal meinen roten abgefangen. Und dann springt die Sau noch genau, wenn ich sie wechseln hängen will. Alter, scheiß Baby, was soll ich denn? Ja, ja. Peach, komm her. Peach, Peach. Ja. Nein. Du musst da gerade gesehen. Mann, ich wollte mich sicher auf der scheiß Karte ja nicht durch. Boah. Oh, hinter mir ist jemand. Oh. Nein. Oh, war das gemein. Ja, ich hab jetzt mir mal abgeschossen und wollte dich selber fressen, aber hat nicht geklappt. Dann wurde er aber vom anderen nicht fressen. Yeah, da sind wir wieder. Das ist das scheiße, ey. Ja, ich nehme noch. Habe ich jetzt echt keinen Punkt? Ich kriege echt keinen Punkt, weil ich nichts befreit habe. Das ist ja krass. Ich habe jetzt vier Punkte, naja. Aber da habe ich wahrscheinlich trotzdem geschafft. Ey, das gibt's doch nicht. Na gut, Leute. Das war der zweite Battle-Part, den... Wieder ein Unentschieden. Äh, oh, geil. Aber immerhin, ich habe 17 Punkte. Insgesamt habe ich jetzt also... 28, ne? Und ich hatte drei, also habe ich jetzt 15. Also hat Nils gewonnen. Yeah, besser auf fünf. Ich habe schon zwei gewonnen. Aber wir machen, auch wenn ich schon drei am Stück gewinne, machen wir trotzdem fünf. Nein, das wird nicht passieren, Mann. Wollen wir mal sehen. Leute, dann bis zum nächsten Part. Beim dritten Part werden wir den nächsten Modus euch zeigen. Der Battle-Modus. War auch immer sehr geil bisher. Ciao. Ciao, ciao.